Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Silke und das ist Abby. Gesund ernähren, besser leben, unser Motto. Ganz wichtig, auch für Katzen, nicht nur für unsere Hunde. Wir bieten natürlich neben unseren diversen Nahrungsergänzungen, angefangen über unser Catmix Pulver, Catmix Tabletten für den Stoffwechsel, diverse Öle für schönes, langes Haar, ist geschmacksneutral, Sie geben über das Futter und haben keinerlei Probleme, die Katze damit gut zu versorgen. Diverse Pasten bieten wir an, gegen Harnstein, für Gelenke, dann haben wir unser Träuter Hefetabletten, auch für schönes Fell, auch als Leckerchen zu geben, unser Rinderfettpulver für zusätzliche Energie, haben wir natürlich auch unsere Trockennahrung, einmal die Basic Cat Care Linie, Grundausrüstung eigentlich für jeden Katzenliebhaber und die etwas gehobene Linie, unsere Mycelinus, in diversen Sorten natürlich erhältlich. Wir bieten natürlich auch Fräuchtennahrung an. Die bieten wir einmal an, mit einer guten ausgesuchten Proteinquelle, mit einem gewissen Teil Reis, aber auch in komplett getreidefrei. Getreidefrei deswegen, weil die Katze ein Carnivore ist und natürlich auch gerne mal eine reine Fleischmahlzeit, die sehr sehr hochwertig ist, zu sich nimmt. Wir verwenden keinerlei chemischen Lockstoffe, Farbstoffe, Geschmacksverstärker oder ähnliches. Bei uns erhalten sie reine Produkte. Das heißt auch, dass das, was draufsteht, wirklich auch drin ist und nichts anderes ist drin. Wichtig ist dies für Allergiker. Wenn Sie eine Katze haben, die zum Beispiel nur Lamm verträgt, aber kein Rind, kein Weizen und ähnliches, dann können Sie sicher sein, wenn bei uns Lamm draufsteht, dann ist da auch nur Lamm drin. Haben Sie noch weitere Fragen? Möchten Sie noch mehr zu unseren Produkten wissen? Dann rufen Sie uns an, montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer. Weitere Informationen finden Sie in unserer Infobox oder schauen Sie auch gerne mal in diverse andere Filme zu Hundeprodukten oder zu anderen Bereichen bei uns rein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bis bald!